Oh nein, oh Bibi, oh! Ich hoffe es so sehr, dass es ein Prank ist, weil die ganzen weinen in den Kinderaugen, oh, das würde mir richtig gut tun. Oh, Tino, das ist echt schade, dass du heute nicht da sein kannst, weil du bei den Ärzten auf Konzert bist. Ja, hm. Das ist wirklich sehr, sehr schade. Ja, noch nicht. Muss ich den Podcast alleine machen. Ich habe dir hier meine intelligente KI geschickt und hier sitzt eigentlich gerade Peter Kleine und spricht den Text für mich ein und wir spielen einfach meine Stimme dazu. Okay, das ist eine ziemlich revolutionäre Idee, die du da gerade geäußert hast. Nee, die habe ich geklaut von, ich glaube von Imp war das letztens. Der hat mir erzählt, ob das nicht möglich wäre, unseren Brennpunkt Internet einfach in so ein Programm einzuflegen, wo es dann unsere Stimmen rausrechnet, damit wir nur noch irgendwelche Texte schreiben müssen oder andere Leute sprechen lassen können, die aber unsere Stimmen haben. Also Texte schreiben würde ich nicht wollen, aber ja, Texte schreiben ist anstrengend, also längere. Aber wir können ja auch einfach irgendwelche Speaker einladen, was weiß ich, wen gibt es denn da alles, wer kann denn gut sprechen und viel labern? Eine richtig gute Idee, wir machen ein verfolgendes. Wir lassen eine KI unsere ganzen Transkripte auslesen, also die automatisch generierten von YouTube, von unseren Podcasts und dann drucken wir das einfach aus und sagen, das offizielle Brennpunkt Internet Buch. Ja, das wäre nice. So, wenn nämlich ein Solmecke, ein Taschenanwaltbuch rausbringen kann, ja dann können wir auch ein Podcastbuch rausbringen. Ja, aber kein Hate gegen Solmecke. Nee, ich wollte nur eine elegante Überleitung finden, denn Solmecke hat gut zu tun gehabt die Woche. Da gab es einiges. Stimmt, also ich habe das gesehen, von Kliemann ist er wieder voll dem Thema drin, hat er noch ein Video gemacht und was war es denn noch? Ich habe noch irgendeines gesehen. Ja, ApoRed angestoßen durch ein Video von Mimi letzte Woche, was ich mal aufgeschrieben hatte, aber das ist dann zu kurz gekommen, deswegen habe ich es nicht angesprochen und das war jetzt auch eigentlich gar nicht so relevant. Aber wie sich herausstellte, die These oder eigentlich die belegte Aussage, dass ApoRed insolvent ist, seitens Mimi in eben jenen Video, ist jetzt bestätigt und ist in aller Munde. Denn ApoRed hat ein übereiltes Antwortvideo gemacht oder ein Rechtfertigungsvideo und hat dort herausposaunt, dass er ganz stolz ist, den Insi-Modus aktiviert zu haben. Ah ja, aber schön geframed. Genau, das ist so ein bisschen geflügeltes Meme-Wort geworden diese Woche, also der Insi-Modus ist so ein bisschen der virale Hitler innerhalb von YouTube Deutschland. Das ist, wenn man strategisch insolvent geht, aber nicht wirklich ist, was auch ähnlich zum Beispiel bei Boris Becker jetzt war, was wir wissen alle nicht ganz so gut geendet ist. Der hat auch den Insi-Modus aktiviert und ApoRed hat halt vermeintlich jetzt eine Straftat zugegeben in seinem hastig dahin gehetzten Video und das hat der Herr Solmecke ganz ausführlich auseinandergenommen. Oh, da könnt ihr einfach so einen Doppelprozess einfach machen, um Geld zu sparen für den Kliman und ApoRed, könnt ihr eine Seite machen und Solmecke und andere Anwälte machen dann die Gegenseite. Ich muss da noch dazu sagen, ich bin immer noch ziemlich krank leider, also ich bin, was heißt krank, ich bin immer noch sehr kurzatmig und kann nicht richtig reden aufgrund von Hustenanfällen. Und es gibt ein Update und zwar habe ich jetzt sogar geprellte Rippen vom Husten. Was? Vom Husten? Vom Husten. Das kann passieren. Das hatte ich schon mal vor zwei Jahren oder so, dass ich von einer Erkältung, wo ich voll viel niesen musste, auch schon eine geprellte Rippe habe. Jetzt sind es wohl zwei geprellte Rippen, die ich vom Husten habe. Richtig geil. Was genau ist denn eine Prellung? Eine Verletzung, die durch stumpfe Gewalt von außen, haha, verursacht wird. Durch einen Sturz oder einen Schlag. Eine Prellung ist meist sehr schmerzhaft. In dem Fall kommt es halt durch die Lunge. Eine Kontusion. Wenn man halt hustet, dann stößt halt die Lunge vor die Rippen. Wenn das so oft passiert und sehr doll passiert, durch meine Hustenanfälle in den letzten vier Wochen, kann das eben prellen und das ist bei mir jetzt passiert. Und ich habe furchtbare Schmerzen. Ich nehme auch Ibuprofen und so weiter. Kann halt echt kaum irgendwie richtig liegen, ohne dass es wehtut. Und auch Husten ist furchtbar unangenehm. Der Vorteil ist aber, dass ich so viel Angst vorm Husten habe, dass ich die jetzt am besten unterdrücken kann. Ich wollte gerade sagen, lutscht du nicht dir irgendwie mal einen Rachendrache rein oder so, damit du gar nicht erst husten musst? Die ganze Zeit schon, aber es hilft ja nicht wirklich. Weil es ist ja kein trockener Hals. Es ist ja echt so ein Hustenreiz, weil man mein Immunsystem denkt, ich hätte noch Corona. Und deswegen immer noch irgendwas aushusten will, aber da kommt nichts mehr. Und da helfen auch diese Rachendrache nicht viel. Ein bisschen schon, aber nicht viel. Ich habe die jetzt nur als niedliches Beispiel gebracht, aber wenn du wirklich Rachendrachen essen würdest, wäre natürlich sweet. Also in der Hochphase haben mir Freunde tatsächlich so Rachendrachen gebracht. Aber inzwischen habe ich diese Ricola-Dinger, so Ricola mit Minze, Apfel. Das ist schon hart, Alter. Ich möchte bitte nochmal mein Statement, dass ich einfach keinen Bock habe, krank zu werden, verfestigen an dieser Stelle. Weil du hattest es ja effektiv auch nur knapp zehn Tage, glaube ich. Genau. Aber das zieht sich jetzt vier Wochen. Ja, auf den Punkt zehn Tage positiv. Und meine Ärzte sagt auch, das ist so selten, dass Menschen, die geboostert sind, so einen Verlauf haben wie ich. Es ist kein schwerer Verlauf, aber ich habe halt diese Long-Covid-Erscheinungen, die jetzt aber auch am Ausklingen sind. Und es ist eigentlich voll selten und da hat es mich beglückwünscht. Und ja, hervorragend. Das ist immer mein Ding. Also wenn ich irgendwas habe, dann habe ich es richtig. Ist halt so, ja. Deswegen kurzer nochmal als, nicht Trigger-Warnung, aber als, wie sagt man, so einen Begriff dafür. Disclaimer. Ein Disclaimer, dass ich immer noch am Husten bin. Ich stelle da einige Huster raus, aber es wird nicht immer glücken. Und ich spreche noch relativ schwach. Aber für den Podcast reicht es. Ja. Jetzt aber wirklich Trigger-Warnung, denn wir sind Brenn.internet. Wir senden ein saftiges Aloha von der Datenautobahn. Wir beleidigen Minderheiten. Ja. Aber ApoRed ist der... So zum Beispiel ApoRed. Aber dass der insolvent ist, das war ja schon klar, oder? Als das Video rauskam. Mimi hatte doch so ein Insolvenzregister nachgeschaut. Da kann man das ja ganz gut nachverfolgen. Das Problem ist ja nicht unbedingt, dass er insolvent ist, sondern dass er quasi, also so wie er es darstellt, Reichtum oder halt Güter irgendwie geheim hält und sagt, hier, ich bin pleite, um dann laut seinem Zitat im Ausland sich neu aufzubauen. Oder so. Ah, das heißt, er wollte cool wirken für YouTube und sagen, ich bin gar nicht wirklich insolvent. Er hat so ein bisschen Steuerbetrug irgendwie zugegeben. Scheiße. Und hat halt den geilen Insie-Modus aktiviert. Ja, das ist echt ziemlich dumm tatsächlich. Da bin ich sehr gespannt auf die Folgen, die ihm da erwarten. Ich meine, ich wünsche es ihm jetzt nicht. Ich weiß nicht, was er so vor Zeug gemacht hat. Ich weiß nur, dass er ein komischer YouTuber ist, der irgendwie Gewinnspiele wohl nicht richtig aufgelöst hat. Ja, das hat er auf eine externe Firma geschoben, die das hätte machen sollen. Ja, wie Kliemann. Aber er hat halt seinen Namen dafür hingegeben. Schwierig. Ja, und auch Kliemann war nämlich Thema beim Herrn Solmecke diese Woche. Denn da geht die ganze Tortur noch weiter. Da ging es nämlich zuletzt um Mützen. Also jetzt ein relativ junges Spendending. Mützen für die Ukraine, so blau-gelbe Fallout-Mützen, wo der ganze Erlös halt gespendet werden sollte. Da sind zusammengekommen 95.000 Euro. Und bis zum jetzigen Zeitpunkt ist wohl einiges davon nicht angekommen. Und da ist halt jetzt die große Frage, okay, ist das erst die Spitze des Eisberges gewesen, die da aufgedeckt wurde? Da ist natürlich klar, dass die Leute jetzt überall suchen, ob da nicht noch was ist. Mein Tweet dazu war, Unternehmen müssen in Zukunft nicht nur klimaneutral, sondern auch klimanneutral sein. Ja, ja, genau. Ja. Also ich weiß nicht. Ihr habt es schon von vielen Spendenaktionen gehört, dass ewig so Spenden nicht ankommen. Ich habe auch noch nie sowas gemacht, wie jetzt eine große Spendenaktion. Und kann jetzt vielleicht sogar sein, dass es echt immer so ein Ding ist, dass man immer erst mal so längere Fristen hat. Da muss man irgendwelche Anträge vielleicht ausstellen, bis es dann ausgezahlt werden darf. Was kann da nicht ein Zufall sein? Ich würde sagen, wir testen das einfach mal. Wir machen eine große Spendenaktion für Brennpunkt Internet von allen Leuten, die es da draußen gibt. Und dann testen wir das einfach mal, wie das ist, wenn man diese Spenden bekommt. Okay, gute Idee. Spende bitte ab sofort an spende.nosferatur.ninja bei 20 Euro dürfte ich sogar einen Hörerwunsch wünschen. Das siehst du. Und genau, wir spenden das Geld an an ich weiß ja nicht, die Ärzte. An die Ärzte, damit sie bald wieder gesund werden. Ja. Siehst du, deswegen bist du noch krank, weil du am Wochenende nicht zu den Ärzten durftest. Die hätten dich heilen können. Na, ich bin echt auch ein bisschen froh, dass es nicht war, weil ich wäre hingefahren, bestimmt. Aber ich fühle mich halt immer noch ziemlich schwach und so weiter. Also ich will jetzt hier nicht rumjammern, aber es ist einfach Fakt, dass ich halt ein Konzert schwer aushalten würde. Und so dachte ich mir, okay, wenigstens bin ich nicht der Einzige, der krank ist. Vielleicht ist es auch noch ein anderer von den Ärzten. Ja, das haben wir gar nicht erwähnt. Also so wie es wirkt, müsste es theoretisch Rott sein, weil der halt in diesem Statement-Video nicht zu hören ist. Aber vielleicht ist es auch einfach einer, der näher mit dem zu tun hat. Irgendwie, was weiß ich, der Tontechniker oder so, den man nicht ersetzen kann. Keine Ahnung. Aber es gab ja auch dieses Statement. Was war das denn irgendwie? Dass sie jetzt wohl spielen könnten. Aber da sie jetzt noch ganz viele Konzerte haben, kurz aufeinander, wollen sie erstmal eine kleine Ruhepause einlegen. Also scheint es kein Corona zu sein, würde ich mal vermuten, weil dann bist du ja eh länger positiv. Das weiß man halt nicht genau. Was man allerdings genau weiß, ist, dass wir gefickt sind von der Klimakrise. Wir sind nicht nur gefickt, wir sind zugehagelt und weggestürmt. Ja, ja. Und zwar in Hashtag Lippstadt oder wie ich es in Zukunft nenne, Rippstadt. Ja, gut. Und auch Paderborn. Die wurden am schwersten getroffen. Das ist ja eigentlich so innerhalb von Deutschland die Meldung der Woche. Die richtige Meldung der Woche kommt dann auch gleich, sage ich mehr dazu. Aber das ist natürlich durch die Medien gegangen wie ein Tornado. Das durch die Medien geht. Wie ein Tornado, der entzündet worden ist. Es wurde ja auch für hier angekündigt und ich fand es aber hier gar nicht so schlimm. Ja, underwhelming, ne? Also, ich meine, ich war eh dann zu Hause so. Beziehungsweise habe ich meine Brüder besucht. Wir haben ein bisschen gezockt. Aber wir haben irgendwie gedacht, krass, also wir haben es schlimmer befürchtet. Aber sind froh, dass es natürlich harmlos war und wir wollten gar nicht schimpfen. Wir dachten nur, okay, wir haben uns von der Warnung ein bisschen mehr erhofft. Also mein Balkon wurde ziemlich auseinandergenommen. Ehrlich? Aber das war an dem Abend vor der Unwetterwarnung. Oh. Das war ja dann einfach ein normaler Sturm oder wie? Ja, keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, was groß passiert ist. Ich habe mich da gar nicht informiert, ob es irgendwie Tote gab oder irgendwelche ausgefallenen Zugfahrten. Ich weiß nur, dass das Rammstein-Konzert für euch vorgestern wohl kurz abgebrochen worden ist in Leipzig. Das ist ja auch irgendwie in so einem freien Stadion, wo kein Dach oben ist. Und dann mussten sie wohl auch eine Pause machen für eine halbe Stunde oder so. Eine halbe Stunde kurz Tornado durchjagen, dann geht es weiter. Können sie an die Pyro-Show einbauen. Ich habe es dann doch nicht so schlimm. Da haben sie dann fortgeführt. Aber die Videos aus Paderborn und Lippstadt hast du gesehen oder auch nicht? Äh, nee, habe ich nicht gesehen. Weil dagegen einiges. Also wirklich, dass das Dächer entdacht worden entziegelt, wie sagt man? Entzint? Wie sagt man dazu? Ach doch, ich glaube, in der Nosterrafu-Oase habe ich, glaube ich, gesehen, dass da ein Video drin war. Ja, gab sehr viele davon. Also wirklich auch Bäume entwurzelt und komplett einmal über den Platz gefegt. Das eine Video hat den lustigen Satz, da vorne, da vorne ist der ganze Rathausplatz. Das macht so eine Wegbeschreibung. Er meint wohl, dass der ganze Rathausplatz auseinandergewedelt wurde und da vorne hin. Aber so wirkt es nicht. Und, ähm, du siehst halt überall irgendwelche Baumstämme in Fenstern. Dann gibt es ein Video von einem Typen, der irgendwie IT-mäßig da am PC sitzt und sagt so, da drüben, da sitzt der Daniel. Für ein Glück saßen wir da gerade nicht. Und hat halt irgendwie sein Fenster, neben dem er immer sitzt, ist halt einfach nicht mehr da. Und, äh, überall Löcher in den Wänden und so. Also, schon hart. Und dann gibt es halt Fotos von Hagelkörnern, die, ja, ich würde sagen, größer als Walnüsse sind. Shit. Und, äh, vielleicht kommt da jetzt noch was raus, weil wenn das jemand auf den Kopf gekriegt hat, kann ich mir schon vorstellen, dass das tödlich enden kann. Da hat der liebe Gott wohl einen Tornado entzündet. Ja. Wenn der Deck noch nicht gepackt worden ist. Ja, und dann, äh, viele, viele, viele Leute, die zerschöperte Autos haben und so. Und das war dann halt auch so eine Sache, ne? Der, der Mensch baut Autos. Die Autos machen Umwelt kaputt und die Umwelt macht dann die Autos kaputt. Aber ich hab auch gestern aus dem Fenster geschaut und manchmal doch Menschen gesehen, die draußen waren, die ja wie Fahrrad gefahren sind oder sind da rumgelaufen. Ja, also es war hier in Weimar wirklich gar nichts eigentlich. Nee. Oder es waren so, 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 so Querwetterspurbler, die gesagt haben, Wetter gibt's gar nicht, sowas wie Hagel und Sturm und Tornados. Äh, ich, ich kann wohl spazieren gehen, wenn ich will. Ich lass mir von, von der Kachelmann-Diktatur hier nix vorschreiben. Die Kachelmann-Diktatur. Naja. Die Schweine. Ja, aber es ist schon, ist schon so eine Sache, ne? Das ist halt auch, also ich meine, wir machen ja auch über alles und jeden Witze und so, um es irgendwie mit Humor zu nehmen. Aber an sich ist halt schon, es ist ja schon erschreckend, dass es hier und da immer wieder größere Events gibt, wie jetzt auch die Flut letztes Jahr und so. Oder dass es halt auch total normal ist, dass überall dieser heftige Blütenstaub ist, der eigentlich ein Zeichen dafür ist, dass die, die Bäume Angst haben zu verrecken und sich halt in einer Überreaktion vermehren wollen. und man nickt das halt so ab, weil man halt eh relativ machtlos ist. Aber das sind halt alles so, das sind halt die, die Heuschreckenplagen, die das Ende der Welt verkünden, so ein bisschen, weißt du? Und das ist echt erst der Anfang, ne? Ja. Also wenn man so Bilder sieht, wie da damals, weil das nicht in Texas oder so, als dann so, so richtig Schneemassen, Häuser zerstört haben. Also das kann uns auch blühen. Also man darf nicht vergessen, nur weil das gerade ganz weit woanders ist, muss das nicht heißen, dass es bei uns nicht auch mal passieren kann. Und ich habe echt die Befürchtung, dass auch die nächsten Generationen an Politikerinnen und Politiker da nichts ändern werden. Also ich glaube, dass es so fortgeführt wird, die ganze Wirtschaft und die Ausstöße. Klar gibt es jetzt E-Autos und E-Bikes, keine Ahnung, aber, und viel mehr Menschen verzichten auf Fleisch. Aber ich glaube, man müsste, wie Thunberg gesagt hat, eigentlich sofort aufhören mit allem, um noch irgendwie was reißen zu können. Aber es wird halt nicht passieren. Ja, also ich bin ja, ich bin ja gerne optimistisch, ja. Selber schuld. Es kann, nee, ach, optimistisch durchs Leben gehen, finde ich grundsätzlich eh besser als pessimistisch. Auch wenn man dann vielleicht als Pessimist mal recht hat. Ja. Was siehst du? Das Bild von dem Hagelkörmung. Das Bild von, ja, ei, ei, ei. Ja, das ist ja nur die Spitze des Literally-Eisberges. Ja, also mal sehen, mal sehen. Vielleicht gibt es ja noch eine große technische Errungenschaft, die irgendwie was reißt. Also wir sind ja dran, auch CO2 aus der Atmosphäre rauszupumpen, aber halt noch ultra ineffektiv. Vielleicht gibt es da einen krassen Durchbruch. Aber ohne sowas wird es wahrscheinlich nichts. Aber ich meine, es brennt ja auch überall, die Meere voller Plastik. Und da gibt es auch schon so Ideen, dass sie irgendwelche Kescher und Filter da drüber laufen lassen wollen. Aber ich weiß nicht, das ist doch, das sind alles so Ideen, die kann man doch eh erst in tausend Jahren wahrscheinlich umsetzen. Er will ja mit irgendwelchen Filtern was mehr fahren. In tausend Jahren ist das Plastik ja dann fast weg. Wer verrottet, das lohnt sich gar nicht, guck. Ja, das lohnt nicht. Ich weiß nicht. Dann sagst du irgendwie, ja gut, ich bin jetzt selber irgendwie ein Pflanzenfresser. Aber wenn du dann so Leuten irgendwie sagst, dass irgendwie der CO2-Ausstoß aus der Massentierhaltung gigantisch ist, dann wirst du gleich als radikal abgestempelt. Dabei ist es eigentlich radikal, was die Menschheit gerade mit der Erde macht und mit dem Klima macht. Das ist radikal. Das hat sich halt so irgendwie in die Gewohnheit eingeschlichen, dass es die Menschen gar nicht mehr merken, wie barbarisch es eigentlich ist, mit irgendwelchen Kreuzfahrtschiffen durch die Meere zu fahren und massenweise Tiere zu töten und zu essen. Weiß nicht. Also ich bin ja eher pessimistisch. Ich bin im Alltag optimistisch. Aber was so die Gesamtheit angeht, ja die Menschheit angeht, da bin ich sehr pessimistisch. Hm. Nihilistisch, würde ich fast sagen. Hm. Toll, Tino, toll. Musst du jetzt hier so ein Debbie-Downer sein? Ja, gerne. Nach der letzten Woche, nach der voll positiven Sendung, muss ich jetzt wieder viel mehr Negativität ausstrahlen. Ja, ich habe noch eine richtig positive Nachricht in dieser selben Sparte. Und zwar, der Po trocknet aus. Oh, oh. Dein Po oder wessen Po? Der von Italien. Ach so. Das ist so ein Fluss. Ja, den kennt man ja. Ein sehr wichtiger Fluss. Und der trocknet aus und dadurch zieht er auch Salzwasser rein. Vom Meer. Ja, da gibt es dann irgendwie so ein, was weiß ich was, das ist auch so eine Art wie Peristaltik oder so, so ein Gegensog. Und da versalzt quasi das Wasser. Das ist irgendwie auch eins der ersten Kriegsverbrechen gewesen, also deklarierte, dass man nicht das Land versalzen darf, weil das halt dann unbrauchbar wird. Und das nicht nur für wenige Monate oder eine Season sozusagen, sondern halt für mehrere Jahre. und das ist nicht so gut, wenn da so ein Süßwasserfluss auf einmal immer salziger wird und da Felder am Fluss sind. Das ist schlecht. Das ist eine professionelle Analyse unsererseits, das ist schlecht. Ich fände es viel witziger, wenn es heißen würde, dass sie so viel Spaghetti gekocht haben im Salzwasser, dass sie so viel davon hatten und es weggekippt haben in den Fluss, dass sie deswegen jetzt versalzt. Das wäre so richtig, weiß ich nicht, rassistischer Witz. Den könnte vielleicht Pfizer, nee, wie heißt denn der? Pfizer-Cabuzzi bringen oder so. Das ist doch nicht rassistisch. Italiener sind doch einfach scheiße. Ach so. Habe ich vergessen. Nein. Was ich sagen wollte, habe ich vergessen auch. Ja, aber der Po, der Po muss gerettet werden, weil, und denen geht der tolle Witz nicht auf. Wie heißen die, die vier Lieblingsflüsse von einem Schwulen? Kennst du den Witz? Nee, aber das heißt bestimmt, Adam will es in den Po. Nee, nicht ganz, aber fast. Rein in mein Po. Und wenn der Po weg ist, dann geht der Witz nicht mehr auf. Das stimmt. Also da müssen wir jetzt ganz schnell den Hebel ansetzen und dieses Problem lösen, damit die schwulen Humorszene gerettet ist. Berlusconi, wo bist du? Ja. Aber ich glaube, das ist so ein gut durchdachter Langzeitplan. Wir kochen einfach den Planeten, indem wir ihn immer weiter aufheizen. Dadurch kocht das ganze Wasser aus dem Ozean raus, ja. Und dann haben wir Süßwasser im Ozean. Wie geil ist das denn? Und dann sparen wir gleichzeitig Energie, indem wir keine Nudeln mehr kochen müssen in der Küche. Auch. Das ist einfach so pfiffig. Ja, siehst du, das ist der ganze Plan der Konservativen und der Rechten. Die glauben an Klimawandel insgeheim, aber die wollen den halt auch. Wusstest du denn, dass die Nichtrechten, die, naja gut, das kannst du eigentlich nicht sagen, die Demokraten, das sind auch CDUler aus deutschem Maßstab, aber wusstest du, dass das jetzt die Partei des Hasses ist? Natürlich, die hassen das Leben, weil die kleine Kinder töten wollen im Fötus, äh, im, im, im Bauch der Frau. Auch. Und weil Elon Musk das getwittert hat. Das ist jetzt die Partei des Hasses und der Spaltung. Aha. Nach vier Jahren Trump und republikanischer Herrschaft ist das ein wenig seltsam. Aber es war ja sehr schnell durchschaubar, warum dieses Statement gemacht wurde. Denn wenige Stunden später kam dann die erste Meldung raus, oh Moment, da gibt's einen, eine Sache von, äh, sexueller Nötigung, würde ich sagen, die da als, äh, Anschuldigung gegen ihn im Raum steht. Und von der wusste er auch vorher. Also es ist so der, der durchsichtigste PR-Move, will ich's gar nicht nennen, sondern so Schadensbegrenzungs-Move, den man sich ausdenken kann. Also er wird von einem Journalisten angefragt zu einem Interview hier, da ist irgendwie sexual Misskontakt im Raum, was kann man da machen? Gibt's da mal Statement? Zwei Stunden später geht er auf Twitter und sagt, oh ja, ich bin jetzt Republikaner, weil die Demokraten, die sind mir zu spaltend. Und schreibt dazu, ja, das, also er wartet, dass es in den nächsten Tagen und Wochen ganz viel auf mich eingeredet wird, wie schlecht ich bin und dass politische Hitjobs erfolgen und so. Voll smart. Und kurz danach kommt raus, oh, und jetzt wird nämlich die Story richtig prickelnd, denn innerhalb von einem Flieger sollte er von einer Mitarbeiterin massiert werden und hat gesagt, wenn sie Gänsefüßchen mehr macht, dann schenkt er ihr ein Pferd. Oh, cool. Ja. Also er weiß, er weiß, was Frauen wollen. Dann gab's da ein Settlement, die hat irgendwie, ich glaube, da ist Geld geflossen oder so. Sie ist mittlerweile entlassen und es gibt ein Non-Disclosure Agreement, weil das stellen Leute immer gerne aus, die die Meinungsfreiheit hochhalten wollen, dass sie darüber nämlich nicht reden darf. Sie hat aber mit einer Freundin drüber geredet und die hat wohl das jetzt rausgebracht. So. Aber ist es denn legal, wenn du unterschreibst, dass du öffentlich zu einem Thema schweigen musst, dann darfst du ja im Prinzip privat mit jemandem darüber sprechen, das ist dann nicht verboten, weil du darfst ja nur öffentlich nicht dich dazu äußern und dann musst du deine beste Freundin losschicken, das öffentlich herauszuposaunen. Ja, also ich glaube nicht, dass die losgeschickt wurde, aber ja. Solmecke, was sagen sie? Ja, stimmt, da könnte man, aber das gibt halt in YouTube Deutschland keine Klicks, deswegen wird Solmecke da wahrscheinlich nichts zu machen. Ja, wahrscheinlich. Der macht immer nur Drachenlord und Finn Kliemann und so. Ja, gut, ich halte meine schützende Hand über Solmecke, aber das stimmt schon ein bisschen. Aber findest du nicht auch, du bist doch Experte, sieht der nicht irgendwie in der letzten Zeit ein bisschen aus wie Aids? Naja, nee, der sah so gebräunt aus irgendwie. Gebräunt? Nee, ich finde, der hat einfach übelst viel abgenommen oder so, also irgendwie. Ja, ich glaube, der macht Sport. Also für mich sieht es halt ungesund aus, aber wahrscheinlich halt, weil der vorher einfach nur so süße, wollige Bäckchen hatte und jetzt halt nicht mehr und dann wirkt das halt gleich ein bisschen krank. Wahrscheinlich ist er fitter als vorher, aber das ist halt mein Eindruck. Ja, ich dachte auch, dass er fitter ist. Und wenn er im Urlaub war, der geht bestimmt auch ins McFit und macht da ein bisschen irgendwelche Trainings. Ich glaube, der ist einfach ein richtiges Tier privat. Ja, der hat einfach einen 12-Pack, hat der Mann. Ja, mindestens, aber im Gehirn. Nee, also du guckst ja anscheinend regelmäßig, ich gucke nur so vorübergehend immer mal ein Video irgendwie alle paar Wochen oder Monate und da fällt das vielleicht mehr auf. Nee, ich gucke auch nur, wenn es mich interessiert. Ich habe abonniert, aber ich gucke mir vielleicht jedes fünfte Video an maximal. Okay. Cool, cool. Ja, auf jeden Fall, Tino, also für ein Pferd würde ich mich auch irgendwie sexuell belästigen lassen. Hättest du richtig Bock? Was ist denn das auch für eine Anmache irgendwie? Na, Mäuschen, hast du nicht Lust, mir herunterzuholen, kriegst du auch ein Pferd? Also mal ganz ehrlich, das ist, weiß ich nicht. Ja, das ist halt leider überschattet worden von diesem ganzen Geschwaller um, ah, die bösen Demokraten, die machen jetzt einen Political Attack on me, wo ich mich auch frage, wo ist es bitte ein politischer Angriff? Also wieso ist es politisch, wenn man sagt, da ist eine sexuelle Nötigung, die im Raum steht? Ja, doch schon, es ist schon ein Mittel, um Leute zu diffamieren. Ja, okay, aber er ist ja erst mal eine Privatperson. Es ist ja dadurch politisch, dass er quasi vorher was macht. Also er framet es ja selbst als politisch. Weißt du, hätte er das mit dem Ich vote jetzt republikanisch nicht geschrieben, dann hätte man ja nicht sagen können, dass das jetzt politisch motiviert ist, weil er ja erst mal nur eine Privatperson ist. Aber es ist halt eine Ausrede. Na klar, in dem Fall ist es halt eine Ausrede. Natürlich, also wie gesagt, es ist mega durchschaubar. Aber prinzipiell, wenn du jemanden diffamieren willst, musst du nur mal in den Raum schmeißen. Oh, guck mal, der ist pädophil. Oder guck mal, oh, ich hab gehört, dass der mit dem Ja, aber wenn ich jetzt sage, okay, du hast Parteibezug, dann sagst du halt über mich irgendwie, ich hab eine Oma getötet. Dann ist das doch nichts Politisches. Naja, es wird zu einem, wenn es seine politische Karriere versauen soll. Ja, aber erstens hat er keine politische Karriere und zweitens hat er ja selber dieses Framing reingebracht. Das meine ich. Ja, das ist richtig. Aber er will ja trotzdem wahrscheinlich irgendwie Macht ausüben und so und wird Trump schon vorher gut gefunden haben, denke ich mal. Ich glaube nicht, dass der der allergrößte Trump-Fan ist, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der jemals demokratisch gewählt hat, ehrlich gesagt. Nee, also das machen Reiche in der Regel nicht so. Ja, und gleichzeitig ist er oder ist Tesla noch bei dem ESG-Score ausgeflogen. Moment, ich hatte mir eigentlich aufgeschrieben, wofür das genau steht. ESG, ich kenne nur ESG. Das war mir klar. Warte, ESG steht für Environmental Social and Governments, also das ist so ein, ja, also der ist wahrscheinlich auch nicht lupenrein so, aber es ist so eine Richtlinie, wie ökologisch wertvoll quasi Unternehmen sind, also die großen Unternehmen, nicht alle. und da war, gibt es so eine 500er-Liste und da ist halt das Unternehmen jetzt rausgeflogen. Während aber zum Beispiel Exxon Mobile irgendwie auf Platz 10 ist, also es ist nicht so ganz klar und es kann schon sein, dass da so ein bisschen Greenwashing mit reinspielt und so, aber das ist halt auch so eine Sache, die gerade passiert, wo man natürlich dann sagt, hier, das gehört alles mit dazu, böse. Aber kennst du Menschen in deinem Umfeld, die Ilemas gut finden? Also ich kenne nämlich keinen in meiner linken Bubble. Nee, da fällt mir jetzt absolut gar keine ein. Ich habe eine Vermutung, aber ich habe es, ich bin mir nicht ganz sicher, ich will ihn aber jetzt auch nicht droppen. Aber kennen wir beide jemanden, der eventuell ein Musk-Fan sein könnte? Könnte sein. Okay. Aber, also das sind ja auch verschiedene, also hoffe ich, dass es irgendwie verschiedene Paar Schuhe sind. Also keine Ahnung, ich bin ja auch Fan von Jackie Chan-Filmen, aber Jackie Chan ist halt der übelste Bastard. Ja, gut. Parteitreu, untreu seiner Frau gegenüber, übelst asozial seinem Sohn gegenüber, glaube ich, weil der Drogen genommen hat. Ja, okay. Und das geht ja gar nicht. Man kann es manchmal schon differenzieren, das stimmt schon. Man kann ja auch sagen, man fand die Taten von den Menschen ganz gut, wie jetzt bei Luther zum Beispiel. Ja, das ist ja, wie gesagt, ich finde das ja auch total, deswegen finde ich das auch selber so unangenehm, wenn Leute irgendwie, ah, Fan, Fan und so, deswegen verwende ich dieses Wort auch so ungerne, weil ich das selber halt so Panne finde, wenn man so, ja, ist so, wenn man halt irgendwie einfach eine Person so anhimmelt, bedingungslos, das ist doch übelst Panne, Alter. So, und deswegen würde ich halt nie sagen, ich bin ja jetzt übelst der Jackie Chan-Fan. Ich finde halt gut, was seine Filme irgendwie machen. so. Ja, doch, der Fanbegriff ist für mich auch etwas seltenes, ich sage das echt nur, wenn ich glaube, dass die Person zum großen Teil lupenrein ist. Keiner ist lupenrein, aber ich meine jetzt, wenn jemand echt so ein Großteil ein cooler Typ ist, der jetzt nichts krasses hat zu Schulden kommen lassen, dann bin ich schon gern mal Fan. Wie jetzt von Farge in Urlaub zum Beispiel. Oder Josef Fritzl. Oder Josef Fritzl. Das war ja auch so. Da bin ich bedingungslos Fan. Ich meine, der hat ja jetzt auch sein ganzes Leben lang nur irgendwie kleine Enkelin vergewaltigt. Ja. Eine Leiche im Keller hat ja jeder. Oder zwei. Ja. Oh Gott, oh Gott. Ja. Aber selbst da, keine Ahnung, selbst, also Farge in Urlaub ist schon bestimmt ein guter Mann so, aber auch da würde ich halt das nicht so, also das bringt einem selber halt irgendwie nichts, das so krass, so ein Anhimmeln oder sowas, weißt du? Das ist irgendwie, ich habe jetzt auch kein Farge in Urlaub schreien zu Hause, wo ich jetzt irgendwie seine Haare sammle und seine Spucke auffange, aber ich kann schon von mir behaupten, ich bin Fan von ihm, weil ich die Musik gut finde, weil ich finde, dass er ein cooler Typ ist, der hat cool Interviews, der hat einen coolen Lebensstil, fällt nicht negativ auf, nimmt keine Drogen, isst kein Fleisch. Da kann ich schon sagen, den himmel ich jetzt nicht an, aber ich würde ihn schon verteidigen, wenn irgendwer ihn ankackt. Ja, der könnte hin und wieder echt mal ein paar Minuten mehr in Texte investieren, der sagt ja immer so, ja, die kommen einfach so, die schreibe ich in wenigen Minuten und das, ich weiß nicht, je mehr ich mich damit auseinandergesetzt habe, deswegen, da merke ich, also, die Texte sind ja nicht schlecht, aber an manchen Stellen, denke ich mir, wenn man da einfach fünf Minuten nochmal drüber gelesen hätte, hätte man das noch abschleifen können, weißt du? Ja, die brauchen so Lektor vielleicht. Nee, das ist ja auch wieder Kacke, egal. Aber das finde ich bei vielen, bei allen von den Ärzten so, also alle drei haben manchmal so, an sich richtig geile Songs und Texte, aber an manchen Stellen denke ich mir so, hm, der Reim, der ist ein bisschen jetzt einfach gehalten oder sehr kurz gedacht. Auch bei Rammstein war das so, dass manchmal so ein bisschen, ja, die leben ein bisschen von den, den simplen Texten, aber manchmal ist es auch zu simpel. Wo du merkst. Es gab ja irgendwie oft jetzt auch schon, dass sie gesagt haben, dass sie sich gegenseitig überraschen wollen mit komischen Reimen und so, aber Coolness-Faktor auf Gartentraktor, finde ich zum Beispiel, das ist irgendwie einfach schlecht, so. Fiel mir auch gerade ein, der Reim. Wenn er wenigstens mehrselbig gewesen wäre. Ja, auch an sich, ich weiß nicht, das ist halt so ein, ich weiß nicht, der ist dann auch nicht wieder so scheiße, dass er wieder geil ist. Der ist einfach nur so, hm, okay. Ist halt ungewöhnlich, weil, also Herz- und Schmerzreimen tun alle oder ich und dich und so, Liebe, Hiebe, aber Coolness-Faktor und Gartentraktor hat, glaube ich, vor ihm noch keiner gereimt. Ja, das ist natürlich richtig. Ja, wie gesagt, das ist ja deren Anspruch. Egal, wir machen schon wieder großen Ärzte-Podcasts hier draus. Aber noch ganz kurz dazu, damit ich auch mal wieder Falco erwähnen kann, den Podcast habe ich lange nicht mehr gemacht. Bei dem war das Problem, dass seine Texte zu kompliziert waren, dass sie die Menschen einfach nicht verstanden haben, was er da gesungen hat. Erstens, von Artikulation her war er echt schwierig manchmal. Und weil er auch so geswitcht ist zwischen den Sprachen. Da hat er immer so Begriffe eingebracht, die kein Schwein kannte. Da gab es dann so Songs, die hießen irgendwie Expo City Visions und keiner wusste, was er eigentlich damit aussagen will. Und da gab es dieses Album Data the Groove. Da haben auch viele gesagt, also ich will auch nicht drei Semester erst Falco studieren, um seinen Text zu verstehen. Dass er deswegen tatsächlich das andere Extrem gewesen ist, weswegen sein Erfolg dann auch eingebrochen ist in den 90ern. Das gibt es eben auch. Okay. Ist Falco lupenrein? Also es gibt von ihm jetzt nichts, wo er irgendwie negativ aufgefallen wäre. Also klar war Besowski und so Drogen und so, aber er hat nie irgendjemanden rassistisch beleidigt oder Steuern hinterzogen oder so. Was man ihm anrechnen kann ist, als Gutmensch, dass er halt irgendwie seiner damaligen Ehefrau Pelzmäntel geschenkt hat und hatte auch so Krokodilschuhe gehabt. Das kann man ihm vorwerfen. Aber sonst so, er war jetzt kein Jäger oder so. Das waren andere Zeiten. Naja, kann man nicht immer sagen. Aber zumindest kein Antisemit oder so. Im Gegenteil. Er hat schon sehr früh auch Texte gemacht. Ein Prosemit. Ein Prosemit, genau. Er hat schon früh Texte gemacht gegen Rassismus und gegen Schulenfeindlichkeit. Da kann man ihm nichts vorwerfen in der Richtung. Ich wüsste es. Dann kommen wir doch mal wieder zu einer Uplifting-Sache, Tino. Ja. Es ist so ein Amerika-Ding, aber das fand ich einfach so als Überschrift, als ich die gelesen habe, musste ich ein bisschen lachen, weil das ist so absurd. Das geht ja gar nicht. In der Bay Area, also egal, in Amerika ist es passiert, wurde ein Polizist angeklagt, weil er bei einem, was ist das, Domestic Violence Delikt, also bei häuslicher Gewalt, ist das Wort. Manchmal sollte ich es mir vielleicht schon übersetzt hinschreiben. Ja, also ich war ein Jahr in Australien und ich spreche schon gar nicht mehr richtig Deutsch und träume auf Englisch und so. Oh my God. Wie sagt er nochmal Deutsch? Also da hat eine Frau angerufen, wegen Hilfe, Hilfe ist häusliche Gewalt am passieren. Und dieser Polizist ist da hingefahren und hat was vor Ort gemacht, Tino. Was meinst du? Da steht dann, er ist dann in der Wohnung drin und da ist die Familie. Und was passiert? Ja, ähm, es kam zum Gruppensex. Fast! Es kam zum Gruppensex, nur er war der Einzige, der es gemacht hat. Er hat vor ihnen masturbiert. Hä? Also das ist so absurd. Was war denn die Vorlage? Also hat der Mann gerade irgendwie die Frau vergewaltigt oder was ist da gerade passiert? Nee, ach, da gab es nur Schläge. Ich glaube, der Mann war auch dann gar nicht da, aber der steht halt halt die Mutter mit ihren Kindern und der fängt an mit Wichsen. Ja, ganz normal, ne? Was halt die Polizei so macht. Ja. Mal gucken, ob sich die Polizei da wieder selbst investigatet und kein Verbrechen finden kann. Ach, scheiße. Da gab es auch auf Netflix letztens irgendwie so eine Folge von, ich weiß gar nicht mehr, wie die Serie hieß, auch so True Crime irgendwie. Da ging es auch darum, dass so zwei Polizisten irgendwie auch eine Frau vergewaltigt haben und so und haben das dann irgendwie dann für sich behalten und der Frau wurde nicht geglaubt. das ist halt echt, weiß ich nicht, so dieser Machtmissbrauch ist echt richtig widerlich und man hat immer so dieses Bild von Polizisten, die ja ehrenvolle Männer wären und dann Freunde und Helfer, aber es gibt so viele, die ihre Macht ausnutzen leider. Der Polizist hätte der Familie einfach ein Pferd kaufen sollen. Ja, zum Beispiel. Oder Twitter kaufen sollen oder so, keine Ahnung. Ja. Dann wäre er zum Held geworden. Ja. Schwierig, schwierig. Apropos Held. Busch. Der größte, ja, der größte Kriegsheld aller Zeiten ist Busch. Eine sehr gute Überleitung, ja. Busch hat so einen kleinen, eigentlich den, der freudsche Versprecher to end them all. Also wirklich. Ja, stimmt. Die Nummer eins freudscher Versprecher, wenn du es im Duden aufschlägst, muss eigentlich dieses wundervolle Gesicht von Busch zu sehen sein. Das war ja großartig, ja. Ja, denn Busch hat gesagt, es ging eigentlich um Russland und er hat gesagt, wenn da eine Person, ja, so einen großen Krieg im Alleingang, so einen miesen Angriffskrieg auslöst im Irak, äh, Ukraine. Und dann sagt er, warum auch immer tatsächlich, Irak too. Also so von wegen, ja, im Irak auch. Also eigentlich so ein Eingeständnis, ich weiß nicht. Und sagt dann danach, 75, also sein Alter, so von wegen, ja, ich bin halt alt, ha, ha, ha. Und das, ich finde eigentlich das Absurdeste an dem Clip, dass die Leute im Publikum lachen, so. Ha, 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 Irak, ganz viele Leute gestorben und Leid, Elend, alle, willst du am Verrecken, ha, 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 ha. Irgendwann lachen wir alle da drüber, ja, irgendwann. Also Leute. Ha, 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 ha. Das ist halt auch wieder dieses, was ich letzte Woche erst gesagt habe, so Busch ist jetzt irgendwie so, ha, ha, so ein netter alter Opi. Und wir haben den halt länger nicht im Rampenlicht gesehen und so schlimm war es doch gar nicht. Ja. Aber ja, damals hieß es halt, ja, da gibt es Massenvernichtungswaffen, dann gab es die doch nicht, dann war das neue Ziel Saddam Hussein und dann war das neue Ziel Stabilisierung und so ging es immer und immer weiter. Und es gibt Hochrechnungen, dass mehrere hunderttausend Leute daran mehr oder weniger gestorben sind, als an den Folgen indirekt oder direkt. Richtig geil. Ein sehr funny Clip, also ich fand das sehr witzig tatsächlich. Sein Gesicht dazu ist überragend. Ja, er hat sich ein bisschen geschämt, glaube ich. Da dachte er sich bestimmt so, oh fuck, jetzt werde ich aber durch den Kakao gezogen. Das kennt er ja gar nicht, durch den Kakao gezogen zu werden. Ja. War witzig auf jeden Fall. Eigentlich wollte ich über was anderes reden, aber das wäre jetzt schon wieder, du hast meine Überleitung so kaputt gemacht. Ach so, der wahre Held ist nämlich Julienko. Oh ja, ich habe es gelesen gestern, nur mal in Schockstarre. Ich habe echt alles fallen gelassen, was ich in der Hand hatte. Die Nachricht der Woche. Oh mein Gott, Bibis, Beauty Palace und Julienko sind getrennt und er hat ihr nicht mal ein Pferd vorher gekauft. Und kein soziales Netzwerk. Es ist traurig. Also das YouTuber-Pärchen überhaupt, ja. Also ich meine, ich wüsste echt nicht mal, wie der Julienko aussieht. Ich weiß, wie er heißt, ich weiß, dass sie ein Paar sind, ich weiß, was die machen, aber ich wusste bis gestern nicht so richtig, wie er aussieht. Und ich habe gelesen, dass sie sich getrennt haben. Und erst hat irgendwer behauptet bei Twitter, dass das wohl nur ein Fake wäre. Aber es hat sich doch als wahr herausgestellt. Und ich bin sehr, sehr traurig darüber. Also von Bibi gibt es doch kein offizielles Stuntman. Von daher muss man mal schauen, ob es nicht dann doch ein krasser Prank ist. Das wäre ja wirklich, also wenn das der freudsche Versprecher eben war, dann ist das der Prank to end all Pranks. Aber habe ich das in der Wohlführoase gesehen, dass da Fotos gepostet worden sind von Bibi, wie sie mit einem neuen Typen rumknutscht? Ja, aber erstens kann das ein älteres Foto sein, wobei die ja irgendwie zehn Jahre zusammen waren. Und zweitens kann es ja genauso sein, dass das nicht sie ist, eventuell. Ich kenne sie nicht gut genug, um das einschätzen zu können. Aber ich fand die Bilder interessant und, aber ich kenne die Hintergründe gar nicht. Ich habe mich dazu jetzt nicht belesen. Gab es irgendwie einen Grund oder hat es schon länger gekriselt? Ich dachte, dass sie zwei Kinder haben und richtig geile Häuser und so. Richtig geile Häuser. Ich habe das vor zwei Jahren oder so im Stream mal gezeigt. Dieses Haus ist einfach nur depressing, wenn du mich fragst. Aber die sind auch eigentlich vor zwei Monaten noch nach Spanien gezogen, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Das Haus, was sie hier in Deutschland hatten, das war halt eher wie so, die Flure waren echt wie so eine Schwimmhalle und viel zu große Räume und so. Wenn ich da wohnen müsste, das wäre, also natürlich würde ich mich über kostenloses Wohnen da nicht beschweren. Aber erstens, so ein Riesenhaus, da ist ja immer ein Rattenschwanz dran und zweitens ist es so depressing, Alter. Der Rattenschwanz, der kann ja auch bezahlt werden. Wenn du da Leute einstellst, die sich ja um das Haus kümmern, stellst du einen Hausmeister oder eine Hausmeisterin ein. Ja, aber es ist ja nicht so, dass du keine Kosten mehr hast, wenn du ein Haus hast. Das meine ich. Nee, aber wenn du das Geld hast, so wie hier die beiden, dann sind das, glaube ich, Peanuts. Naja. Ich weiß nicht, ob du das Haus mal gesehen hast. Ich finde, das ist halt wirklich in den Fluren wie so eine Schwimmhalle mit so Spinden. Nur, dass das da halt Schränke sind. Das ist irgendwie ganz unangenehm. Ich habe das Bad gesehen in irgendeinem Ausschnitt. Ich weiß nicht mehr, wo das war, in irgendeiner kurzen Doku, wo es so um Influencer ging. Und dann haben die den ihr Bad gezeigt. Ich dachte mir, Alter, geil. Das sah richtig nice aus. Ich würde gerne so wohnen, Also ich bin froh, dass ich da immun bin, weil ich werde so wahrscheinlich nie wohnen. Und deswegen finde ich es gut, dass ich auch überhaupt keinen Bedarf habe, jemals so wohnen zu müssen. Nee, also es ist auch kein sterbendes Wunsch von mir, so eine riesige Wohnung zu haben, ja, die jetzt so ein großes Haus zu haben. Alleine die Türen sind drei Meter hoch. Das ist irgendwie so unangenehm zu sehen. Ich habe es hier gerade nochmal offen. Also wenn ich ausreichend Geld habe und kann mir Putzkräfte leisten, und Menschen, die sich um alles kümmern, da wäre ich voll dafür. Ich bin auch zum Beispiel kein Gartenfan. Ja, also ich hasse Gartenarbeit, aber ich mag Gärten ganz gerne. Und wenn ich einen Gärtner oder eine Gärtnerin hätte, würde ich mir sofort einen Garten kaufen oder pachten. Tja, dieses viel zu große Haus konnte die Löcher in ihren Seelen nicht stopfen oder vielleicht hat sich die Bibi auch anderweitig Löcher stopfen lassen. Man weiß es nicht. vielleicht einen Matador geholt oder so. Oder Julienko vielleicht einen neuen Partner, neue Partnerin. Ich dachte ja eh, als ich die zum allerersten Mal gesehen habe, das ist schon ewig her, da dachte ich ja echt, die wären Best Friends und er wäre gay. Hm. Und ich meine, ich habe jetzt keinen sonderlich guten Gay-Radar, aber ich dachte mir, hm, als wenn der nicht mindestens bi ist, dann wäre ich schon überrascht. Hm. Alter, sie ist auch so klein, ey. Naja, auf jeden Fall die Meldung der Woche. Also wirklich, das Internet hat gebrannt. Die haben alles so, oh nein, oh Bibi, oh. Ich hoffe es so sehr, dass es ein Prank ist, weil die ganzen weinenden Kinderaugen, oh, das würde mir richtig gut tun. Oh, die haben uns verarscht. Ui. Naja. Wir haben uns auch alle verarscht. Das ist wohl das Robert-Koch-Institut. Nein. Zumindest laut, wenn man den Querdenkern glauben darf, denn es gibt jetzt die ersten Fälle von Affenpocken. Hast du es mitbekommen? Ach so, ja, aber die ersten Fälle von Affenpocken in Deutschland und das ist ja, soweit ich weiß, keine neue Krankheit, sondern eine, wo es auch schon eine Impfung gibt und Medizin gegen und so. Naja, Impfung, Impfung wohl nicht direkt. Man kann sich wohl, wenn man betroffen ist, mit der normalen Pockenimpfung kann man da wohl entgegenwirken, dass der Verlauf leichter ist. Aber wie ich gelesen habe, gibt es gegen die Affenpocken an sich noch keine Impfung. Hm. Vielleicht habe ich es auch falsch gelesen. Und Medikamente wohl, also wenn ich richtig gelesen habe, wohl auch noch nicht. Man kann es halt nur irgendwie, man kann auch nur so ein bisschen die Symptome behandeln, aber es soll wohl in den meisten Fällen einfach wieder abflachen und sich selbst heilen quasi. Das ist so ein bisschen wie den normalen Pocken, nur halt nicht ganz so tödlich und einfach übertragbar auch über Sex. Deswegen, also... Einfach übertragbar auch über Sex. Also, was? Das ist ja dann also... Moment. Naja, also es betrifft wohl auch viele schwule und bisexuelle Männer. Ähm, deswegen... Also ich will jetzt gar keinen Vergleich zu HIV ziehen, aber irgendwie scheint es in dieser Gruppe so ein bisschen häufiger vertreten zu sein und würde wohl auch über so Saunabesuche und über Sex übertragen. Ja, aber dann ist es doch auch schwerer übertragbar als sowas wie Corona. Also wir wollen den Corona-Fehler ja nie wieder machen, deswegen werden alle sterben, Leute. Das wird richtig heftig. Ja, auch nicht nur Sex, aber auch wenn man irgendwie diese Schuppen da abbekommt und so, kann man wohl das auch bekommen. Okay. Bei Körperkontakt, bei näheren. Und ich freue mich schon auf die ersten Schwurbler, die irgendwie so ganz fette Pocken im Gesicht haben und dann sagen, es gibt es gar nichts, nur eine normale Gruppe. Freue ich mich sehr drauf. Ich freue mich auf den letzten verzweifelten Schrei aus der NFT-Bubble. Madonna, die irgendwelche Vagina-Bäume in Animationen zeigt und ganz toll. Das war noch so ein Ding. NFT, mit freundlichen Grüßen. Ja, auf Wiedersehen, mit freundlichen Grüßen. Die wahre, große Meldung, die ich hier noch ansprechen will, ist, ist, glaube ich, am Sonntag. Nee, warte mal. Ich weiß nicht, es kann auch sein, dass es letzte Woche war. Wir haben nicht drüber gesprochen, das Buffalo-Shooting. Amerika hat es wieder richtig ins Zeug gelegt. Es gab irgendwie innerhalb von zwei Tagen drei größere Anschläge. Der größte war das Buffalo-Shooting. Da ist ein rassistisch motivierter Mensch dreieinhalb Stunden gefahren nach Buffalo, um eine Gegend zu finden, wo sehr viele Schwarze wohnen. Ja, also der ist ja, oh, hier in unserem Umfeld ist alles so versäugt mit Schwarzen, das ist ganz schlimm, aber ich muss dreieinhalb Stunden fahren, um so eine Gegend zu finden. Ja. Hat auch sich sehr von den Christchurch-Sachen infizieren, ja, infizieren auch, inspirieren lassen, hat sein Testament da irgendwie angepasst, eins zu eins kopiert, war halt so ein Bastard und hat auch in seinem, in seinem Shooting, bei dem zehn Leute mittlerweile gestorben sind, auch halt später noch im Krankenhaus, hat er Weiße verschont und hat sich noch entschuldigt und das ist richtig absurd, Alter. Der geht halt in so einen Supermarkt rein, schießt um sich und dann sieht er halt so einen Typen, wie er am Boden so, ah, und dann so, oh, sorry. So, und dann, er hat das halt live auf Twitch gestreamt, als ein YouTube, ein Streaming-Kollege von mir wieder. Die machen halt heutzutage echt alles. Die machen wirklich alles, um euren Sub zu bekommen, Du wirst eine Ticken Zeitbombe robben. Ist so. Und, ähm, das musst du dir mal vorstellen, wenn du dir jenige bist, der da überlebt, äh, überlebt und das nur, weil du fucking weiß bist. Ich kann ihm gar nicht böse sein. Der muss sich ja, der hat es gar nicht so gemeint. Der muss sich aber übelst schuldig fühlen. Na, weiß ich nicht, wie man sich da schuldig fühlen sollte. Es spricht ja nur noch mehr für den Größenwahn von diesem, diesen Bekloppten, der da um sich schießt. Ja, natürlich ist es nicht, nicht seine Schuld, aber deswegen hat man ja trotzdem solche Schuldgefühle, wenn man sich denkt, ja, okay, ich habe jetzt nur überlebt, weil ich halt so aussehe, wie ich aussehe. Ja, ich finde es immer heftig bei solchen rassistischen, äh, Straftaten, das gab es jetzt auch wieder in Deutschland, glaube ich, vor ein, zwei Wochen, wo es so ein Attentäter Sachen versucht hatte, wo es auch, genau dieser Schüler, wo es dann, der hat mal eben irgendwelche Nazi-Sachen gefunden und so, wo es dann hieß, nee, er war nur verwirrt und es war ein Hilfeschrei, aber sobald irgendwie jemand auch nur Al-Awak-Bah ruft bei irgendeinem Terroranschlag, ist er sofort Mitglied vom IS, alle Muslime müssen sich distanzieren von dem und so, dass dann solche krassen Unterschiede gemacht werden, finde ich immer so heftig und ich bin mir sicher, auch bei dem Typen jetzt hier in Buffalo, auch da werden die wieder über euch ausreden finden, zu sagen, der war Einzeltäter und war verwirrt und so. Ja, also da gab es schon sehr viele schnelle Hot-Takes von wegen, ja, das ist eigentlich ein Linker gewesen oder aber, dass die Leute das wussten, irgendwie die Regierung wusste das, aber hat es geschehen lassen, dann Tucker Carlson, so das größte Gesicht von Fox News, hat halt auch direkt gesagt, ja, also er hat angefangen mit, ey, nee, das stimmt nicht, dass der in seinem, nicht Testament, sondern hier, wie heißt es, Manifest, in seinem Manifesto, dass der da die gleiche Scheiße sagt, wie ich, täglich hier irgendwie rausrotze, das stimmt voll nicht und die Demokraten sind böse, so, also, das ist unfassbar, es ging halt unter anderem um die, wie heißt das, diese Theorie, dass die, die Umvolkung, ich weiß gerade nicht, wie es im Englischen halt immer heißt, die Umvolkung ist noch altes Nazi-Sprech und in Amerika gibt es halt dieses, the great, irgendwas, the great replacement theory, also, dass halt die weiße Rasse nach und nach durch andere, ersetzt wird und dass da ein Plan hinter steht, also, selbst wenn es so wäre, heißt es ja noch lange nicht, dass da irgendjemand sich die Hände reibt und sagt, so, jetzt holen wir aber mal besonders viele Latinos ins Land. Ja, ja, nee, es ist lächerlich, es wird ja auch Merkel vorgeworfen, dass sie ja auch mit den, der, in Anführungsstrichen, Öffnung der Grenzen, die waren nie geschlossen, dass sie ja damit auch nur die Weißen ersetzen wollte hier in Deutschland, das wirft ja auch, wir werfen ja große Teile der AfD, der aktuellen Regierung oder der letzten Regierung vor, es ist einfach so dumm und so Nazi-Sprech, ich weiß nicht, kann man ja auch genauso sagen, die Weißen planen, dass sich selbst zu ersetzen, indem sie sich einfach nicht fortpflanzen. Dann fickt man ja, ohne Spaß. Ja, also ohne Spaß, genau, also wollte ich auch gerade sagen, der Buffalo-Typ, hätte der statt 10 zu erschießen einfach 20 Kinder in die Welt gesetzt, ja, da hätte er dem effektiver entgegen gehen können. Toll. Ja, wahrscheinlich so, Punkt. Deswegen make love, not war. Ja. Um die Great Replacement entgegen zu gehen, ne, einfach schön bumsen. Und es gab noch zwei andere, ähm, Vorfälle sagst du? Ja, die waren ein bisschen kleiner. Es gab einen, äh, chinesischen, äh, hasserfüllten Menschen, der in der Kirche aufgrund von Taiwanesen-Hass, äh, um sich geschossen hat. Da ist eine Person gestorben, und zwar ein Doktor, der sich da hingeschmissen hat. Also hier wurde es echt geschafft, den Schützen zu überrumpeln. Ach, krass. Und, äh, fünf verletzte, ein Toter, und dann noch eine kleine Sache. Aber, ja, Amerika auf jeden Fall ins Zeug gelegt. Wir haben nicht mehr so viel Zeit, und ich will, wenn wir gerade von Rassismus sprechen, für mich so, das virale Video der Woche besprechen. Das hast du vielleicht nicht gesehen. Das ist ein, ja, eigentlich ein Prank-YouTuber, der aber nicht so, nicht so ein Vitali, sondern der das schon fürs Gute einsetzt. Und das ist, ähm, vom 13.05., also ist wirklich letzten Sonntag, glaube ich, hochgeladen worden, hat mittlerweile 25 Millionen Aufrufe, und es heißt I pranked America's most racist man. Das wurde mir vorgeschlagen, aber ich hab's noch nicht gesehen. Nico Omilana heißt der. Ich kannte den vorher auch nicht. Und, äh, der ist selber farbig und hat ein Interview bekommen mit dem, er ist wahrscheinlich nicht der Anführer, sondern ich glaube, Verwalter wäre das am ehesten, vom Ku Klux Klan. Mhm. Und, äh, hat halt erst so ein seriöses Gespräch mit ihm geführt. Also es geht eine halbe Stunde, ne, ganze Odyssee, wie er erstmal nach Kingston geht, was so als rassistischste Stadt gilt, wo auch, äh, Sacha Baron Cohen schon das mit der Moschee gemacht hat, bei This Is, Klassiker. Oder nee, Who Is America. Und, ähm, aber die, die Leute vor Ort haben halt gesagt, ey, das ist gar nicht so hier in Kingston, das ist mehr, äh, so eine kleine Siedlung nebenan, weil da wohnt halt dieser KKK-Verwaltungsmensch, so. Und da ist er hin und hat gesagt, ey, ich komm vom BBC und möchte zeigen, dass der Ku Klux Klan gar nicht so rassistisch ist. Als Schwarzer sagt er das, ja. Als Schwarzer, ja. Und ist dann da förmlich angezogen in Sonntagskleid, äh, in diese, in diese Neben, es ist wie so ein Ergensdorf, weißt du, so ein, so ein Nebendörfchen, neben Kingston, gefahren und hat dann mit diesem Mann ein Interview geführt und hat da, ähnlich wie ich es auch, schon gemacht habe, so in einem halbwegs seriösen Interview halt so Sachen reingebaut, die man nur versteht, wenn man halt so im Meme-Game drin ist. Also BBC zum Beispiel verwendet er nicht, weil er wirklich für die BBC arbeitet, sondern wegen Big Black Cock. Ah, ja. Und lässt ihn dann halt so was sagen, I really enjoyed this Big Black, also this BBC. Ja. Und, äh, macht halt so Meme-Wörter rein aus, äh, ich glaube auch aus, äh, LOL oder so, als um verschiedene Gilden geht, also da, so weil, der Kucklux kann auch als Gilde, oder es ist nicht, Gilde ist ein anderes Wort, egal, halt so viele kleine Sachen. Und ganz am Ende, nachdem das Interview geführt wurde, fragt er halt den Typen, ob er auch so eine Kapuze hat und dann fragt er, während er noch auf diesem Gebiet ist, wo alle nur hart Rassisten sind und wahrscheinlich die eine oder andere Leiche im Keller haben, fragt er die dann noch, äh, ob er in dieser Kapuze schon mal Liebe gemacht hat. Ja. Und das ist dann halt wirklich erst dann der Moment, wo der Typ checkt, okay, ich wurde gerade komplett verarscht. Ach, weil ich die Frage jetzt gar nicht so, so verfänglich finde. Ja, aber in dem Moment checkt er es halt. Okay. Weil bis dahin war das Interview oder hat es zumindest noch seriös gewirkt. Also kann ich auf jeden Fall empfehlen, ist gut gemacht, ist vielleicht ein bisschen viel Fett dran, weil er halt wirklich diese ganze Reise dahin mit dokumentiert. Aber sehr, sehr geil. Mehr davon. Ja, voll fein lieb. Ich weiß gar nicht, wie das ist in den USA, wenn du jemanden prankst. Ich meine, du musst ihn erst mal fragen, ob du ihn überhaupt filmen darfst und interviewen darfst und ob das nicht auch ganz einfach wäre, für den Rassisten zu sagen, ich will das nicht ausgestrahlt haben oder ob das in den USA nochmal anders ist. Na, er selber ist Brite. Ach so, oder? Aber ja. Ich habe auch noch eine Kleinigkeit und zwar die AfD-Leaks, wenn wir gerade bei Rassisten sind und zwar wurden wohl 40.000 WhatsApp-Nachrichten der ersten Bundestagsfraktion der AfD geleakt. Ja, aus der Quassel-Gruppe, eine WhatsApp-Gruppe. Ich habe aber gelesen, dass es eigentlich gar nicht so spektakulär ist innerhalb der 45-minütigen Doku. Ich habe die noch nicht gesehen, die ist wohl schon in der Mediathek, ich habe es noch nicht geschafft zu schauen, aber Caroline Kefikus hat wohl schon so die ersten Chatverläufe veröffentlicht und hat quasi, weil sie meint, die lesen sich wie so eine Seifenopern-Dialogkiste, hat sie so drei oder vier Dialoge genommen und daraus halt so eine Seifenoper gebaut. Gute Zeiten, rechte Zeiten heißt das und das fand ich richtig spannend. Es ist nicht wirklich jetzt was Krasses dabei von wegen irgendwie, weiß ich nicht, dass jetzt krass rassistisch wäre oder krass rechtsradikal oder so, aber man merkt schon so, dass sie sich um viele Gedanken machen, sie sich viel streiten und ja, also es trotzdem sehr weinerlich und lächerlich ist, wie sie da kommunizieren und das ist schon eine gewisse Offenbarung. Deswegen ist es trotzdem auf jeden Fall eine Empfehlung, sich das mal anzuschauen. Ja, das ist echt interessant. Ich glaube halt wirklich, dass es so daran liegt, dass die AfD sich nicht so wirklich auf einen großen Führer einigen kann und sie das aber vielleicht alle würden, weil an sich, also die USA-Republikaner, das geht ja in eine ähnliche Richtung und die sind aber halt voll geschlossen, so weißt du, weil die haben halt ihre Trump-Galleons-Figur oder davor halt, also die stellen sich immer geschlossen vor ihren Mitch McConnell oder Trump oder halt dann auch Bush und so. Das ist völlig fein, aber hier ist es halt so, dass sie sich schon so ein bisschen alle gegenseitig zerfetzen und dann halt hinterher Leute ganz viel aussteigen und auch sagen, oh ja, ich habe nicht rechtzeitig die Bremse ziehen können und sowas. Das ist interessant zu beobachten und ich hoffe, dass sie sich dadurch so ein bisschen selbst zerfleischt. Aber jetzt heißt es ja, dass im Juni, glaube ich genau, haben die jetzt wieder Bundesparteitag und die wählen einen neuen Vorstand in der AfD, einen Bundesvorstand und das wohl Bernd Höcke antreten möchte. Ja. Er hat es bisher nicht gemacht und hat es auch noch nicht offiziell verkündet, aber hat wohl schon viele Gesten in die Richtung gemacht, hat einen Bundestag besucht und mit Leuten gesprochen und so weiter und Insider berichten davon, dass er wohl für den Bundesvorstand kandidieren will und ich dachte mir auch anfangs, mach es doch einfach, Bernd, aber er hat es bisher nicht gemacht, weil er Angst hat, doch zu verlieren, weil er dann sein Gesicht verlieren würde, weil er gilt ja so ein bisschen als so Hardliner, als derjenige, der seinen eigenen Weg geht und in Thüringen halt stärkste Kraft geworden ist, stellenweise und wenn er jetzt aber in den Bund geht und sich da aufstellen lässt und die wählen ihn dann nicht zum Vorstand, dann wäre er halt nicht mehr der große Adolf Bernd Höcke, sondern ist er halt irgendwie nur eine Ostwurst, wahrscheinlich die, die doch nicht so überzeugend ist, wie alle dachten. Obwohl er nicht mal ein Aussie ist, er ist ja eigentlich ein Westdeutscher. Wenn es nach dir ginge, würde der schwarze Block dafür sorgen, dass er sein Gesicht verliert, oder? Kein Kommentar, aber ich fände es interessant, wenn Höcke tatsächlich Vorstand wird, weil dann können die nämlich nicht mehr behaupten, ja, wir gehören zum gemäßigten Kurs und Höcke ist ja nur in Thüringen Vorstand, nee, nee, der ist dann der Führer von den ganzen Vereinen dort und der darf laut eines Gerichtsurteils Faschist genannt werden, der ist offenkundig rassistisch, hat Rassentheorien verbreitet, also spätestens dann ist die AfD auf jeden Fall auf dem rechtsradikalen Abstellgleis, da kann keiner mehr irgendwelche Ausreden finden. Schon dafür fände ich es ganz spannend und ob sich die AfD dann echt aufspaltet, ob sie dann sagt, okay, jetzt gibt es echt zwei AfDs, eine rechtsradikale und eine rechtsextreme. Alter, mir wird gerade richtig der Balkon auseinandergewedelt, holy shit, vielleicht passiert heute doch was. Ich sitze auch gerade hier vorm Fenster und sehe auch, wie die Bäume hier wackeln vor meinem Fenster. Und noch eins, es gab ein Interview mit Tino Chrupalla, der aktuelle Vorstand der AfD, also einer der Vorstand, ich habe es nicht ganz verstanden, irgendwie sind Weidel und Gauland wohl noch Vorstand, aber irgendwie auch Chrupalla, weiß gerade nicht genau, wie es aktuell aussieht, jedenfalls ist er der Vorstand und der hat sich in Interviews beschwert, dass er viel zu wenig eingeladen wird in öffentlich-rechtlichen Sendungen und da gibt es einen Zusammenschnitt auf YouTube und auch bei Instagram, wo er ganz, ganz viele Interviews gibt in den letzten drei Monaten. Also was der rumheult und was daran alles nicht stimmt und was der auch inhaltlich da sich selbst widerspricht, dass letztens bei, wie heißt denn die, Dunja irgendwas, da hat er sich auch ein paar Mal widersprochen und seitdem der wohl auch Vorstand ist, hat die AfD nur bei Wahlen verloren. Es sind jetzt wohl zehn Wahlen am Stück, wo die AfD Stimmen verloren hat, sogar aus einem Landtag geflogen ist. Also es wird auf jeden Fall... Das wurde ja auch intern rumgeschickt, die ganzen gesenkten Umfragewerte beziehungsweise Wahlergebnisse und dann danke oder herzlichen Glückwunsch oder so darunter. Danke, Cino. Und ich nur so, ja, gern geschehen. Jedenfalls wird es wohl für ihn sehr eng werden. Und dann wird der Bernd vielleicht der Bundesvorstand. Der Bundesbernd. Aber er macht es nur, wenn die AfD auf die Doppelspitze verzichtet. Er will wohl alleiniger Führer werden. Ja. Nun gut. Also, Cino, was geht mal der Woche? Da ging einiges, wenn du mich fragst. Allein hier in Deutschland der Sturm, du hast den Tornado nicht gesehen, aber das ist schon ein dickes Ding. Dann Kliemann weiter, ApoRed im Insi-Modus schon auch richtig gut. Die AfD-Leaks, Affenpocken und so. Also ich würde schon auf mindestens eine 8 gehen, tatsächlich. Ich würde auch bei einer 8,5 tatsächlich gehen. Ja, lass 8,5 sagen. Wenn wir mal ein Buffalo mit reinnehmen und diesen Prank des Jahrtausends hier. Ja. Schon gut. Und auch, ich freue mich voll auf dieses 9-Euro-Ticket. Wirst du es dir auch holen? Ich werde es mir holen, ja klar. Wenn es nur ist, dass ich irgendwie einen Tag mal nach Erfurt fahre und mal nach Jena, da hast du das Geld ja schon drin. Ja voll, sonst halt es dir echt so für Hopperticket hin und her schon 9 Euro und jetzt hast du halt für den ganzen Monat 9 Euro. Ich sehe es ein bisschen kritisch, weil ich glaube, dass die Züge massig voll werden. Klar haben die Bahnen auch irgendwie Systeme irgendwie noch Waggons dran zu hängen, aber die werden ja auch meistens nur von anderen Bundesländern quasi ausgeliehen. Aber es wird ja bundesweit wahrscheinlich richtig krass werden. Deswegen denke ich mal, das sehen wir dann. Ich denke, ich glaube, es ist eine coole Sache und man sollte langfristig den Nahverkehr kostenlos oder sehr günstig halten, aber die müssten eben auch mehr investieren in mehr Züge, auch im Land, weil es bringt ja den Leuten auf dem Land gar nichts. Da fährt ein Zug nur bei Vollmond und die können sich davon auch nicht viel leisten. Ja, scheiß auf die Leute auf dem Land. Aber bekommst du eigentlich auch dann diesen komischen Zuschlag vom Staat für die Energie? Weiß ich nicht so an, aber bestimmt hoffe ich. Weil ich nur gelesen hatte irgendwie erstens Menschen, die Wohngeld bekommen und so weiter, aber auch Menschen, die angestellt sind, bekommen das über ihre Einkommenssteuer verrechnet. Aber wie sind das bei Selbstständigen? Hm. Muss ich mich mal reinlesen. Geld nehme ich. Ja, klar. Ich bin nichts gegen. Vor allem, wenn halt wirklich hier irgendwelche Preise noch steigen und mehr Nebenkosten, wäre schon nicht ganz so geil. Ja. Bei meiner Mutter ist auf jeden Fall GWG, ist auf jeden Fall schon gute Erhöhung reingezwirbelt. Shit, shit. Abwarten. Naja, gut. Die Musik ist irgendwie im Hintergrund zu hören. Ach, schon. Ich habe echt ein bisschen Angst, dass ich jetzt mein Ohrenlicht verliere. Wie sagt man? Augenlicht und Ohrenton. Ohrenlicht. Doch, Ohrenlicht ist richtig. Mein Ohrenton, mein Ohrenlicht. Okay. Dann machen wir lieber Schluss an dieser Stelle. Danke, Fertino. War ein toller Spaß. Vielleicht sehen wir uns ja nächstes Mal wieder in Person. Ich denke auch, der Husten wird weniger und wenn ich ein Pferd wippe und mich nicht ganz viel umhaut, bin ich gern dabei. Geil. Ich mache mir jetzt Mittagessen. Geil. Viel Spaß. Tschüss. Tschüss. Tschüss.